Das ist die Heizaspekte eingehalten werden. Eher langsam mit ihr daumen. Eines Vorführelementes ist nicht möglich hier zu fliegen ohne Nachbrenner. Aber im täglichen Betrieb nehmen wir natürlich äusserste Rücksicht auf die Bevölkerung und versuchen Lärnemissionen so gut es geht zu vermeiden. Noch ein... ...auf den Axon aufstehen. Das ist ein großes Dankeschön hier auch an Böhnensee. Das ist ein großes Dankeschön hier auch an Böhnensee. Meine Damen und Herren, time flies once you're having fun, ladies and gentlemen. Take your cameras for the last part of Hauptmann Janik Zanata. This will be the final presentation of the F-18 Hornet this afternoon. High Speed's off Susp- ... ... ... ... ... ... ... ... Dann kommt der Wettbewerb. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020